Das gibt's doch nicht. Schön wieder eine Niederlage. Ja. Vollt verdient 340. Wow. Gut. Und dann. Irgendwie ist das nicht so einfach, wie es immer auf YouTube zu sein scheint. Achja, Ladebüchschirm. Ja. So, hallo, das war der Ladebildschirm. Ich bin's für Blau. Und ich nehme wieder meinen Charakter, der einigermaßen in Ordnung aussieht. Aber dessen Kampfperformance, also meine, äh, noch sehr viel zu wünschen übrig lässt. So, ich bin Blau, nicht vergessen. Ahhhh. Oh, der Kingdom. Wer auch immer dieser Kingdom ist. Kingdom Hard Deliverance. Äh, Kingdom sag ich. König. Äh, ich bleib mal beim Sperrfürsersen. Ich bin Blau, ich bin Blau. Er hat genau, Mensch. Keif doch an! Maaa. Und ich möchte sagen, dass er das dazu sticht auf eine Taste führt. oder so. Zum Beispiel aufs Mausrad drücken. Was denn das hier klingt, der Hände? Tun sie das. Das gibt es doch nicht. Ich habe doch einen Speer. Kann ich den eigentlich werfen? Immer so aufs Interesse. Tatsache. Okay, gut zu wissen. Das ist blau? Das war ein Pferd? Das ist ein Assassine oder so? Das da ist ein Assassine. Die Axt genehmigt mir mal. Oh, es leckt. Warum? Was ist los? Okay. Hä? Was war das denn? Henker Schwert? Wann? Wo? Hä? Oh, okay. Hä? Äh, du! Wieso komme ich nicht durch das Haus da rein? Oh, das gibt es doch nicht. Oh, das gibt es doch nicht. Was ist los? Jetzt habe ich zwei Speer. Ah, wer will, wer will, wer will. Wer hat noch nichts? Ich traue mich nicht zu werfen. Ich traue mich nicht zu werfen. Da oben ist ein Tief. Oh! Nimm den Speer! Das ist doch... Ich traue mich nicht zu werfen. Oh! Ich treff nix. Stelle ich mich wirklich so schlecht an? Ah, der dreht sich automatisch langsam. Oh, ist nicht gut. Ah, ja. Ich habe sie gerade gesehen. Die Bärenfalle. Das ist doch... Bei denen sieht es immer so einfach aus. Hä? Nee. Okay, ich dachte schon. Komm, ich geh mal da ran. Oh. Toll. Wow. 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 Das ist doch. Ja. 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 Ich habe irgendwas mit dem Pink, kann das sein? Ist mein Rechner zu schwach? Justice from the grave. Was? Wie jetzt? Okay. Ah! Ich nehme mir mal das Ding, den Bergübsch. Hä, wieso treffe ich den nicht? Ach, zustechen kann man... Doch, kann man! Das ist doch ein Scherz. Ich hab doch ge... Irgendwie klappt das bei mir nicht. Aber ich habe hier gerade viel Zeit zu lernen. Ähm... Das ist ein Schild, das ist ein Schild. Ich nehme mir mal den Schild. So. Das ist ein lauten Spieler. Und Doodle-Sack wäre viel... Ähm... Motivierender. Ist doch ein Fett... Ah, das ist unser Fett. Das ist unser Fett. Das ist unser Fett. Oh! Ah! Das ist unser Fett. Das ist unser Fett. Das ist unser Fett. Das gibt's doch nicht. Das ist unser Fett. Das ist unser Fett. Bis zum nächsten Mal.